Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim Part 66 Und beim größten Snapper-Duell von allen Heilung Wo seid ihr? Es gibt keinen Kumpf! Ich werde euch in Stücke heißen! Bleib stehn! Mach ich doch schon längst! Auf jeden Fall ein paar sind da noch Wo stehst du? Wo seid ihr denn? Geh wieder runter Und komm runter Denn so geht das nicht Wie soll sowas funktionieren? Eine Kiste? Auf wieder nach Himmelsrand Nach draußen Und die letzte Killen Ja hier liegen ja ein paar Tote Bäm! 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 Der war wohl eben mit Schleik nicht so bewandert wie ich. Aber wo ist der andere? Ich weiß, dass hier zwei sind. Wo sind sie? Schreien? Schreien? Hm. Hier unten ist nichts. Hier war nur so ein Schreien. Hier unten ist nichts. Hier kann man auch rein. Hier geht es wieder nach Himmelsrand. Ah, Schmiedelgunst verbessert. Das ist ja noch eine Truhe. Ah, Schmiedelgunst. Hier geht es runter. Und was sollen diese Räume hier bringen? Hier ist doch nichts. Also, umsonst hier unten. Also, wo ist der Typ? Ich weiß, dass es dich gibt. Ich weiß noch nicht wo. Also, ich weiß noch nicht wo. Mann, ist das hier hoch. Ich weiß noch nicht wo. Ich habe keine Ahnung, wo der zweite hin ist. Das ist sogar gut. So muss ich mich nicht mehr hier rumplagen. Ah, da stehst du, ja. Ich habe ein paar Tipps, ich hoffe, ich riebe das. Es ist fies, einfach mal nur so von hinten zu kommen. Was? Hey! Wieso habe ich dich nicht gesehen? Bam! Hahaha. Ich kann auch Feuer. Ich habe Stufe 19. Hm. Ich könnte in Weißlauf was machen. Das werde ich, glaube ich, jetzt auf das Nächste machen. So wie... Ah, ich will ja reisen. Also per Schnellreise. Ah, ich will ja, ich will ja, ich will ja. So wie es über... Es wird ja auch hier. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. So. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, was für eine Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Also wie fängt meine Quest eigentlich an? Oh, es hat Jahre gedauert, aber ich habe mir den Platz an der Spitze. Auf den Ebenen vor Weißlauf wimmelt es nur so von wild. Vielleicht offenbare ich euch euer Schützer ja ein andermal. Ich arbeite für Bele-Tor im gemischtbaren Laden. Ja. Anscheinend kann ich das doch gar nicht machen. Ich habe einen heißen Schnurr-Topf drin. Okay. Und ich würde sagen... Friedenheim. Da werde ich den Part beenden. Und hiermit beende ich den Part. Und das verletzt Lyskyron. Part 66. Und bis zum nächsten Part.